Bei mir Karos Sindi. Den Namen musste ich auch erst ein bisschen lernen. Grüß dich erstmal. Heute zweite Halbzeit gespielt. Wie hast du das Spiel empfunden? Ich muss sagen, es war positiv. Es war ganz gut. Wetter war dementsprechend warm. Aber wir haben das gut gemacht, muss ich sagen. Klar, es hat nicht alles geklappt. Aber auf die zweite Halbzeit kann man auf jeden Fall aufbauen. Viele sind auch Positives mitnehmen. Für mich nach langer Zeit wieder dabei auf dem Platz als Spieler. Ich muss erstmal ein bisschen reinkommen. Aber im Großen und Ganzen war es ganz gut. Du bist ja quasi in Doppelfunktion hier, auch als Trainer. Vielleicht kannst du ja nochmal erklären, was du genau machst. Ich mache privat seit dreieinhalb Jahren ungefähr das Individualtraining. Es ist so eine Mischung aus dem athletischen Bereich, Agility, aber auch viel Technik mit dem Ball. Und mit der Absprache, mit dem Trainerteam versuche ich natürlich die Jungs auf diese ganzen Ebenen ein bisschen voranzubringen. Und die paar Elemente auch im Training einzubauen. Genau, das ist so das, wo ich neben dem Platz das mache, sag ich mal so. Und natürlich noch als Spieler. Genau. Heißt das dann, du kämpfst um die Startelf oder bist du dann eher so ein bisschen als Backup gedacht? Oder hast du, also wie sind deine Ambitionen? Ja, also natürlich, wenn ich auf dem Platz stehe als Spieler, dann will ich auch natürlich spielen. Klar muss ich dem Trainer das auch natürlich beweisen, auch überzeugen. Also ich habe jetzt irgendwie keinen Fahrtballschein, wo ich sage, okay, ich gehöre zum Trainerteam und kann spielen. Nee, ich muss natürlich auch wie anderen Spieler meine Leistung abrufen, um dem Trainer zu zeigen, dass ich in die Startelf will. Und ja, letztendlich entscheidet der Trainer das und ich biete mich an. Ich versuche natürlich so weit wie möglich der Mannschaft zu helfen. Und ob ich jetzt in der Startelf bin, ob ich da reinkomme, ob das so eine letzte Minute ist, ich versuche immer Vollgas zu geben. Und genau, dann versuchen wir natürlich, dass wir gemeinsam Erfolg haben. Ja, und wie gefällt es dir so in der Truppe und im Umfeld? Ja, ganz gut, muss ich sagen. Sehr, sehr familiär, alles wirklich sehr sympathisch. Wir haben natürlich viele junge Spieler, aber muss ich sagen, also die Mischung ist schon gut. Ja. Ja, cool. Dann wünsche ich mir dir viel Erfolg und viel Spaß. Mach die Jungs fit und wir sehen uns. Dankeschön. Bis dann. So, hallo Christian. Hallo Christian. Heute das Spiel gegen Schonnebeck. 2 zu 2 ist es ausgegangen. Wie sind deine Erkenntnisse aus der Partie? Ja, zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. In Halbzeit 1 bin ich aber verdient geführt. In Halbzeit 2 machen wir am Ende noch einen insgesamt verdienten Ausgleich. Wir haben aber die zweite Halbzeit verloren und von daher gehe ich so mit gemischten Gefühlen nach Hause. Wir haben gesehen, was nach den ersten Einheiten und Spielen schon klappt haben, aber auch ganz klar gesehen, woran wir noch arbeiten müssen. Und eigentlich ist es das, worum es in den Vorbereitungsspielen geht. Dass dir gezeigt wird oder aufgezeigt wird, woran noch gefällt werden muss. Das war heute ganz klar schon eine gute Mannschaft, eine willige Mannschaft. Ein sehr laufintensives Spiel von beiden Mannschaften. Also ganz, ganz viele Erkenntnisse, die wir heute mitnehmen können. Jetzt ist ja so ein bisschen auffällig, dass die Mannschaft in der ersten Elf bis auf Felix Casalino, der heute nicht dabei ist, relativ gleich zu dem Spiel bei ETB sind. Ist das schon ein bisschen Einspielen oder hat das irgendeinen tieferen Sinn, dass du die relativ ähnlich ausstellst in den Halbzeiten? Wir haben das auch in den ersten beiden Spielen schon gemacht. Ja, da war ich nicht dabei, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Das ist jetzt in den ersten vier Spielen so. Klar geht es darum, gewisse Automatismen zu finden, dass auch der eine oder andere sich mit seinem Mitspieler findet und die ersten beiden Spiele war es dann in der zweiten Halbzeit besser. Spiel Nummer drei und vier war es dann in der ersten Halbzeit besser. Also man sieht, da gibt es noch keine Konstanz drin, aber das wird sich finden. Und was, glaubst du, sind noch so die größten Baustellen? Die Abstimmung, also sowohl was Laufwege im Ballbesitz angeht und dann eben auch gegen den Ball, wer in welchem Raum welchen Mann zu übernehmen hat und so weiter. Das waren heute in der zweiten Halbzeit die größten Baustellen, die wir hatten. Aber liegt immer auch daran, dass wir einen guten Gegner hatten, der offengelegt hat, dass wir da noch dran arbeiten müssen, gerade mit der Struktur, die wir in der zweiten Halbzeit auf dem Platz hatten. Aber das war fast so zu erwarten. Ja. Dann interessiert die nur neuen Fans sicherlich auch noch der Zustand von Martin Kreh. Wir haben es ja schon geschrieben. Äh, von Martin Kreh. Henry Kreh. Ja, wie ist es da? Also Kreuzbandriss haben wir gehört. Ähm, sieht also so aus, ob er uns lange oder in der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung stehen wird, ne? So sieht es aus. Also das Spieljahr 2023 ist für Henry leider beendet. Ähm, auch auf diesem Wege nochmal gute Besserung. Henry ist natürlich niedergeschlagen, aber ähm, hat sofort die ersten Anrufe und aufmunternden Worte aus der Truppe bekommen. Ich habe ja auch gesehen, auch von den Fans, da kann man sagen, was man will. Das tut in diesem Moment dann auch wirklich gut. Ähm, es wird jetzt in Ruhe abgestimmt, wann und wo Henry operiert wird. Und sobald wir da wissen, wie alles ausgegangen ist, werden wir natürlich die neuesten Erkenntnisse da rausgeben. Aber wird uns wirklich lange fehlen. Die Mannschaft war auch wirklich am Freitag ziemlich niedergeschlagen. Also es ist nicht so etwas, wo du sagst, ja komm, passiert. Ähm, sondern das hat uns wirklich schon alle zurückgeworfen. Ja, dann auch von unserer Seite alles Gute an Henry, wenn er das hier sieht. Ähm, ja. Und wir sehen uns dann am Mittwoch in Krey beim Blitzturnier. So machen wir es dann machen. Da gibt es mir sehrois expectations. Da sind sie jetzt bes關係.